Voller HP haben wir auch. So, schauen wir mal. Taxi. Was bist du für eine Hütte? Okay. Cool, Mann. Können wir lassen, würde ich sagen. Können wir lassen. Ah, okay. Nur zwei Autos. Alles klar. Ja gut, dann... ...nochmal abgespeichert. Ja, ich weiß. Dauert auch aber nicht lang. Ach, guck. Die Karre ist auch noch da. Das heißt, die anderen zwei können wir stehen lassen. Jo. Oh. Ähm. Schauen wir erst mal, was Ammonation so für uns hat. Aber schön, dass das hier jetzt mal eingeblendet wird. Das ist ja geil. Handgranaten. Ja, leck mich fett. Ja, das ist mal ein schicker Laden. Achso. Achso, das ist Armor, okay. Ja, ist ja cool. Okay. Dann weiß ich ja in Zukunft, wo ich mich mit meinen Waffen versorgen werde. Also, auf jeden Fall. So. Das sollte reichen für den Anfang. Ja, was macht ihr jetzt hier für einen Stress? Und dann fahren wir mal. Oh. Es wäre auch ein Wunder, wenn die Karre mal auf den Rädern landen würde. Macht nichts. Hier steht eine andere DG-Karre. Ach, für die Pumpgun haben wir noch nichts. Naja. Sayonara, Salvatore. Sayonara. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Ahsoka, you've got a Massager. That's not a Massager. Ähm, ja. Gut, schicker ist, aber will ich mich schon bei dir, dann bin ich ganz schnell wieder da. Also, wenn ich es richtig verstanden habe. Ups. Ein wenig Zeitdruck. Ähm. Holla, die Waldfee. Okay, hier geht es schon mal nicht lang. Ähm. Scheiße, man, wie komme ich jetzt auf die Autobahn? What the fuck? Oh, Mann. Was hat mich auf mich geschossen? Warum denn das? Ich habe euch gar nichts getan. Ihr Fatzen. Wie komme ich denn über diesen verfickten Fluss? Oh, Mann. Geh ich es hier rein? Runde. Ah, fuck. Mann, hier muss es doch irgendwo über diese verfickte Brücke gehen. Was ist denn hier los? Natürlich nicht. Hey, ich bin vorbeigefahren. Fängt ja gut an hier an dem neuen Gebiet. Mann, wie fährst du denn? Ich nehm dir mal lieber das Auto ab. Das kann ja keiner verantworten. Ja, was für ein Bullshit. Wie soll ich denn rausfinden? Ups. Wie ich das schnellstmöglich hochkomme. Gut, Story kennen wir. Wir sollen Salvatore umlegen bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Die uns nicht eingeblendet wird übrigens. Ja, mit dem Boot rüberfahren oder was? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das dauert doch nur ein halbes Jahrhundert. Was für ein abgefuckter Seegang. Was geht hier? Nix. Hey, oh den witzig. Ich hab gedacht, hier geht's. Okay. Immer mit der Ruhe. Wir haben Zeit ohne Ende. Oh, come on. Gib mir eine Anlegestelle. Okay. Kann ich das als solche benutzen? Das wird zu hoch sein, denke ich. Fick dich. Ja, und warum ist jetzt mein... Punkt weg? Achso, wenn ich in die eine Richtung fahre, hab ich Säge... Ah, okay. Gegenströmung. Oh Gott. Gut. Ist die Mission jetzt fehlgeschlagen oder... Es wird mir irgendwie nichts mehr angezeigt. Was mich zugegebenermaßen ein klein wenig irritiert. Hier über diese Scheißbrücke hätten wir gemusst. Was ist denn jetzt los? Hä? Oh nein, ich hab was weggedrückt. Oh nein, ich hab was weggedrückt. Na ja, wie geht's hier wieder raus? Okay, da hatte ich jetzt aber mal Lack. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt ja, möglichst schnell eine Karre finden. Okay, da stand irgendwas von wegen hier, Luigi und so weiter, also wenn ich vor dem Zen-Club abhänge, dass dann die Mafiosi irgendwas merken, aber ich hab's nicht ganz lesen können. Scheiß. Ja, Triaten, alles klar. Ich weiß, ihr mögt mich nicht so sehr. Ach, guck mal. Wer da fährt. Haha, du Wichser. Das ist ja wohl kaum möglich. Ach, Mann, ey. Was ein Scheiß. Warte mal. Dann holen wir uns aber von denen auch eine kleine, vernünftige Kache. Wichser, will er mich einfach reinlegen? Bei einem Mafiosu läuft Wacky im Auto. Hm. Gut. So, wie komme ich jetzt am besten da rüber? Über diese Brücke. Alles klar. Alles klar. Aber warum kann man da nicht draufspringen? Gut. Dann fahren wir mal wieder rüber. Aufs andere Eiland. Ja, ich habe. Nein. Die Verkaufung.